So, eure Maus war heute wieder auf dem Flohmarkt und ich dachte mir, ich mache einen ganz kleinen Haul und zeige euch so, was ich eingekauft habe, weil ihr das doch immer so mögt und ich würde sagen, let's go. So, ich habe mir noch ganz, ganz schön so einen Dutt gemacht, weil ich überhaupt gar keine Zeit habe, meine Haare zu waschen, weil ich übelst im Klausurenstress bin. So, ich habe mir jetzt allererst diese Tasche gekauft, ich finde die einfach übelst fancy und ich finde die passt auch super zu meinem Outfit, den richtigen Drip und ich glaube, ich ziehe die morgen direkt in der Schule an. Ich war im Second Handler und habe mir dieses Shirt gekauft, ich finde es einfach übelst nice und ihr wisst, ich bin so eine richtige Vintage-Maus und ich finde, das hat einfach was. Eure Maus hat sich heute endlich im Bauchnabelpiersten stechen lassen, ich finde es einfach so fancy, ich bin so in love und ja. So, das ist jetzt mein Outfit of the Day, ich liebe es einfach und ich glaube, so kann man auch in die Schule gehen, oder? Meine Mama ist ziemlich sauer auf mich, weil ich wieder unnötige Sachen auf Amazon gekauft habe. Sie ist wirklich so nach dem Motto, ja, sprich einfach mit meiner Hand, also lass es mich erklären, ich habe so eine Bärenhandtasche gekauft. Die ist super praktisch, man kann da seine Snacks reinlegen, ich sehe damit super süß aus. Ich meine, habe ich jetzt die Tasche unbedingt gebraucht? Nein, aber sie sieht super süß aus und ich... Mit welchem Handy filmst du? Natürlich mit dem neuesten iPhone. Zeig mal dein Auto. Also schön, Freunde. Zahlt mal deine Sockensammlung. Also langsam zeige ich euch viel zu viel. Aber bei 50.000 Likes zeige ich euch meine Sammlung. Einsichtiger hat dich überholt. Ja, aber lasst gerne das bloß verschwindende... Zahlt mal deine Sockensammlung. Zahlt mal deine Sockensammlung. Zahlt mal deine Sockensammlung. First let me hop out the motherfucking Porsche Im Schwimmbad wird nicht gerannt An dir Jungs dahinten Hört ihr bitte auf zu rennen Schoßt ihr euch noch den Kopf Du Jesse, warum machst du denn du nicht mit? Du hast deine Erdbeerwoche Habst du nicht schon letzte Woche gehabt? Du Fatima, was hast du denn da an? Ein Burkini aus der Türkei Das ist aber schön Wirklich, das steht hier Es ist völlig okay, dass die Fatima einen Burkini anhat Bei ihr Religion ist das was völlig normales Ihr braucht sie gar nicht so anzuschauen Jungs, geht ihr bitte runter Ne, ihr sprengt nicht aus 15 Meter Wir üben jetzt das Brustschwimmen Bitte aufpassen und zugucken, ja? Arme gestreckt, Rücken gerade, Kopf nach vorne Nicht nach oben und dann reinspringen Jeder nimmt sich bitte in den Nudeln Und dann üben wir das Seepferdchen Simon, nicht deine Nudeln, Scherzkeks Kannst du in der Hose lassen? Sohnemann, ich hab hier ein Lineal im Bad gefunden Weißt du, wem das gehört? Nein, keine Ahnung Huch, hier ist ja ein Strich bei 4 Zentimeter Der ist bei 4,5 Früher haben wir da immer unsere Du weißt schon, Länge markiert Aber wer hat schon 4,5 Zentimeter? Ist ja gar nichts Nein, 4,5 sind richtig Sandra, komm, wir fahren, der Alkohol ist leer Soll ich fahren? Ich glaub, du hattest ein paar Becher zu viel Was, Sandra, ich mach das Wir sind auf dem Land Da sieht die Polizei nur meist beim Bäcker Allgemeine Verkehrskontrolle Toll, wir kommen ins Gefängnis Abendwachmeister Alkohol getrunken? Sind sogar noch dabei Wollen sie ins Flug? Wir machen mal einen Test Ich sag meinen Kindern Bescheid, dass Mama heute nicht reinkommt So, Tanja Heute nur 1,8 cm Peinlich, dein Nachbar hat eben 2,4 cm Da ist noch Luft nach oben Mist, sah das denn bloß nicht Fahr vorsichtig Hala, machs gut Helikopter, Helikopter Fahrerkopter, Fahrerkopter Leute sagen, Gringo ist nicht lit Aber die singen meine Lieder alle mit Hater sagen, ist kein Hit Aber nicken mit dem Kopf alle mit Bruder, no codes für YouTube Ist deine Mutter noch Jungfrau? Wenn nicht, warum? Muska, Muska, Mi, Kei, Maus Was steht da? 1 Euro Shop Hä, was gibt's da? Ich weiß nicht, aber in einem Blumengeschäft kann man Blumen kaufen In einem Handygeschäft kann man Handys kaufen Dann kann man in einem 1 Euro Shop wahrscheinlich 1 Euro kaufen Achso Oh, vielleicht haben die denn den Angebot Weißt du, vielleicht kostet der 1 Euro dann 99 Cent oder so Wow, die kleine Sample ist versaut Nimm sie mit auf die Titanic Aber niemals mit nach raus Und dann können wir uns nicht langsamer Auf die 67er Sample ist er Und dann musst du, vielleicht kostet der 1 Euro für die Ausweitung